Hallo und willkommen zu einem neuen Teil unserer Blender Tutorial Reihe. Diesmal schauen wir uns den BSDF Shader im Detail an. Aktuell haben wir ein ganz normales Standardmaterial auf unseren Susanne Monkey Head mit aktiviertem Smooth Shading. Unsere Base Color gibt einfach nur den Wert an, den unsere Grundfarbe haben wird. Subsurface ist die Farbe unter der Oberfläche. Das bedeutet, vielen Dank an Royal Skies für den Tipp mit der Erklärung. Wenn ihr eure Taschenlampe im Dunkeln unter eurer Hand haltet, dann scheint sie rosa durch, weil euer Gewebe unter der Haut nun mal fleischfarben ist und lichtdurchlässig. Und genau so verhält sich es auch in Blender. Das heißt, wenn wir unter dieser Oberfläche noch eine andere Farbe einstellen wollen, können wir die Subsurface Farbe einstellen. Dem Fall zum Beispiel ein rosa Wert. Umso stärker wir Subsurface anstellen, umso stärker wird die Grundfarbe verschwinden und die unterliegende Farbe hervorstechen. Der nächste Wert ist der Metallic Wert. Ich empfehle ihn entweder auf 0 oder auf 1 zu setzen. Das liegt daran, dass wir später mit einer Metallic Map ebenfalls nur ein 1 oder ein 0er Wert haben werden. In diesem Fall können wir den Wert unserer Metallic viel stärker mit der Roughness ändern. Wenn wir die Roughness, welche unsere Glanz angibt und unsere Spiegelung, niedrig oder höher setzen, können wir aus dem Material wieder ein nichtmetallisches oder ein metallisches machen. Unser Specular-Wert ist eine andere Form von Glanz. Ich empfehle den Wert von Specular auf 0,5 zu lassen, solange wir nicht den Lichtbrechungsindex unseres Materials kennen. Dazu kommen wir später. Der Roughness-Wert gibt an, wie stark die Oberfläche reflektierend ist oder nicht. Wenn wir den Wert auf 1 setzen, wird absolut nichts von der Umgebung reflektiert. Hier dagegen haben wir eine absolut spiegelnde Oberfläche. Wenn wir jetzt auch noch den Metallic Wert erhöhen, haben wir einen Spiegel. Wenn wir jetzt noch den Wert runter auf einen weißen Ton setzen, haben wir einen kompletten Chromton. Was sich hier im Hintergrund widerspiegelt, dieser Baum, ist eine Environment Map. Das bedeutet eine HDR-Map, die im Hintergrund simuliert, dass wir uns im Freien befinden, damit irgendetwas auf dem Objekt auch reflektiert werden kann. Das, was wir hier im Hintergrund sehen, ist diese Map bloß mit einem Milchglas überzogen. Um das zu ändern, gehen wir hier oben auf die Viewport-Settings und können hier den Blur entfernen. Jetzt sehen wir, was im Hintergrund alles vorhanden ist, was sich hier in unserem Modell widerspiegelt. Anisotropie ist ausschließlich sichtbar, wenn man im Rendered View ist. Zudem sollte man die Render Engine auf Cycles wechseln, da eh wie das nicht darstellen wird. Danach können wir diese spezielle Metallschimmeroberfläche darstellen, indem wir den Anisotropiewert nach oben setzen und dann noch die Rotation anpassen. Wenn wir sie noch ein bisschen weiter drehen, haben wir diesen typischen Effekt, den ein Topf oder Pfannenboden hat. Schienen lässt sich am besten mit einer Frisur erklären. Wenn wir den Schienenwert anheben, dann haben wir hier einen zusätzlichen Glanz, bei dem sich das Licht hier besonders schön widerspiegelt. Wenn wir den Schienen-Tint erhöhen, wird sich die Grundfarbe verstärkt im Glanz widerspiegeln. Wenn wir den Schienen nochmal wegnehmen, sehen wir den Unterschied ganz deutlich. So haben wir eine Frisur, die ein paar brillante Akzente hat. ClearCode ist, wie der Name schon sagt, ein Klarlack. Wenn wir den anwenden, wird zusätzlich zur normalen Roughness obendrauf noch ein weiterer Glanz aufgetragen als oberste Farbschicht. Er ignoriert somit die unterliegenden Roughness-Werte weitgehend und gibt einen ganzheitlichen Glanz obendrauf. Dessen Roughness können wir mit der ClearCode Roughness zusätzlich noch verändern. Die IOR ist der Lichtbrechungsindex oder Index of Refraction. Es gibt eine Internetseite, auf der von fast allen Materialien der Lichtbrechungsindex angezeigt wird. Wir haben unten in der Videobeschreibung den Link zu dieser Website. Das ist die Seite und hier ist auch für jedes einzelne Element der Lichtbrechungsindex in einer Kommazahl eingetragen, den wir hier direkt im Blender eintragen können, bei 1,45 den entsprechenden Wert. Auf der Blender Website gibt es folgende Formel. Die erleichtert uns die Arbeit mit Fotorealismus. Denn wenn wir unseren Lichtbrechungsindex kennen, den wir auf der Website herausgesucht haben, können wir anhand dieser Formel unseren Specular-Wert errechnen. Den tragen wir dann einfach im BSDF-Shader ein und haben dann ein optimales Material. Die Transmission macht aus einer Oberfläche eine glasige, durchscheinende Oberfläche. Das bedeutet, wenn wir jetzt den Transmission-Wert anheben, können wir auf der Unterseite Lichteffekte sehen. Das funktioniert nur, wenn kein Metallic-Wert aktiv ist. Metallic macht das Ganze nichtig. Zusätzlich können wir auch noch eine Roughness angeben, die in diesem Falle nur im Render-View-Mode wirklich aktiv wird. Mit Emission können wir eine selbst leuchtende Textur erschaffen. Das ist eine Textur, die später im Render-View eigene Beleuchtung mitbringt und somit leuchtet wie zum Beispiel Lava. Die Emission-Strength gibt dabei an, wie stark der Leuchteffekt ist und hier können wir auch noch die Farbe der einzelnen Beleuchtung festlegen. Mit dem Alpha-Wert können wir eine Map verbinden, die hier in einer weiteren Node angedockt wird, mit der wir Teile unserer Textur deaktivieren können, indem wir den Alpha-Wert benutzen, um alles, was nicht von der Maske abgedeckt ist oder genau das, was die Maske abdeckt, durchsichtig zu machen. Im Normal-Node können wir eine Map einsetzen, die die Oberfläche mit weiteren Details versorgt, welche nicht über Mesh gelöst werden sollen. Das ist ein sehr ressourcenschonender Weg, weitere Details der Oberfläche wie zum Beispiel eine Holztextur in einem Computerspiel darzustellen, ohne dass dafür aufwendige Geometrie benötigt wird. Bei der Clear-Code-Normal passiert genau das gleiche, nur dass die Oberflächendetails ausschließlich auf dem Klarlag gesehen sind. Tangent wird einen weiteren Node anbinden können, mit dem wir dann von der Anisotropie den Verlauf unserer Schimmer weiter beeinflussen können.